und damit hallo und herzlich willkommen zurück ja wie am geld seht ich habe es geschafft nach 20 minuten noch länger sachen noch zu verkaufen und wieder zu verkaufen was ich nicht geschafft habe ist ich würde mal interessieren wie ich diesen diesen skin endere aber egal man müsste den schrank im hintergrund mal zu machen wir machen jetzt den nächsten auftrag und zwar ich weiß nicht wie es geht das ist so ein bisschen ich frage einfach mal die zoll und nimmer vielleicht weiß ich wie es geht die zoll und nimmer spielt das parallel übrigens auf dem pummelrunden kanal das kann man sich auch gerne mal angucken ich weiß nicht dass ich weiß ich gar nicht welche folge ich jetzt aktuell bin das kommt sehr spät aber es tut mir leid so irgendwie der finster sumpf oder was auch immer wo wir sind im dunkeln ist gut munkeln der böse sumpf das ist eine besondere veranstaltung also wir können ja auch mal upgrades kaufen sehe ich gerade wo ist denn das ding hier möchten sie angst haben ja warte kurz wenn wir ein paar upgrades kaufen kauf hier mal die upgrades man kann darauf lieben verstehe na dann ich habe 10.000 was habt ihr das ist es ich habe es ich habe es es ich habe es ich habe ich habe es 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 So, weg hier mein Grundstück, verpfeift euch, oder ich schlach euch. Ersten wird hier geguckt, oh, ups, hier können wir buddeln, ist das A200 Buser. So, dann komm ich hin da rüber. Da ist das. Ich find's schön, wenn das Spiel dich fragt, ob du Angst haben möchtest. Vielleicht gibt's ja ein paar witzige Sachen, mal gucken. Okay. 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 Oh, guck mal hier, die Fröscharmee, gegen tote Hühner rum. Mir gibt es jetzt gefühlt, ich habe die neue Axt gekauft, jetzt gibt es hier gefühlt jedes Mal, das Bild ist cool, ich würde es gerne mitnehmen. Wie er immer furzt beim Bücken. Ja, ich würde es gerne mitnehmen. So. 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 Eine Gitarre. Oh, eine Armbrust unterm Bett. Habe ich auch unterm Bett? Nein, Spaß. Da schlägt nur die AK-47. Wie viele Seile habe ich jetzt eigentlich? 65. Das läuft. Hänge ich noch Holz rum? Dietrich! Dün-dün-dün So, wie komm ich da hin? Da ist der Hegel. So, hier ist auch noch was. So, hier fahren wir das an der Düsseldorf. Hier fahren wir auch. Aber man muss ja irgendwie nach oben kommen. So, da bin ich schon mal rüber. Die Geister, die ich rief. Die schmeißen hier mit Kisten. Ein Autolenkrad. So, da bin ich schon mal rüber. Ein Pustor. Kosmodee, das ist schön. Krok-Taxi. Wie geil. Ich hab's getroffen. Krok-Taxi. 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 Das war's für heute. Wir haben hier geguckt. Ah, guck mal was wir hier rein. Er feuert sich da drinnen. Du hast keinen Schlüssel. Mach auf! Besser auch, übrigens. Sorry, sorry, das wollte ich nicht. Das war mir klar, irgendwie. Das Scheißhaus. Es gibt bestimmt einen Erfolg. Kacke in jedes Scheißhaus, was du findest. Bin da, wer noch? Bis zum nächsten Mal. Wow, geil. Eine Zeremonie durch. Ma. Das ist Ma. Okay, ist hier noch irgendwas? Nö. Für eins. Du-dün-dün-dün. Und das ist Schlüssel. Schlüssel zum Baumhaus. Sehr schön. Und das ist hier nichts mehr, ne? Nein. Du-dün-dün-dün-dün. Du-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün. Du-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün. So, ist nix mehr. Okay. So, ist das Klopapier? 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 Oh, guck mal, alter, das Boot, das können wir mitnehmen. Ich freu mir, ich soll es nur gucken, dass ich irgendwie diesen goldenen Dings komme. Hm. Der fährt direkt bis dahin. Wir sind direkt auf dem richtigen Weg. Ach, von mir hält der auch. Das wusste ich jetzt nicht. Aber der Trick hat auch geklappt. Ich fühlte sicher wieder einen Gegenstand. Das ist ein bisschen zum Kotzen. Gib mir das Klopapier, das goldene, oh yeah. Das goldene Klopapier ist hier. Da ist das Boot, wir gucken, ob wir das nehmen können. Jetzt. Los Klopapier! Los Klopapier! Los Klopapier. Okay, es fehlt immer noch ein Gegenstand, glaube ich. Da hinten haben wir alles. Oh, das ist sehr unübersichtlich, diese Karte. Na egal, wir gehen zurück, ich frage mich, ob wir das Boot da wegkriegen, aber das passt schon. Ach, das war das letzte Gegenstand, okay, verstehe, alles klar, dann haben wir es doch. Nee, nee, das kann nicht sein, es fehlt eins, Auftragsgegenstände, es fehlt ein Gegenstand. Hm, ich merke, es sind alle Gegenstände abgeschlossen. Muss ich das jetzt verstehen? Ihr habt es gesehen, da stand alle Gegenstände eingesammelt. Okay, dann machen wir den Froschzirkus hier fertig. Ich weiß nicht, ob das der letzte, ist das das letzte Pose-Teil oder fehlen noch ein paar Teile? Ne, es fehlen noch zwei. Das kann doch nicht sein. Vermisst zwei Teile. Okay, und wir sind doch noch drei. Egal. Ah, das Ding vom Flammenwerfer. Ah, das ist cool, wir brauchen das nur da reinhängen und holt ihr das automatisch. Das ist super. Da fehlt jetzt auch nur noch ein Teil, ne? Zwei, ne? Okay. Zwei, ne? Zwei von die Zestermann. Ah, da kann man da durchschalten mit Mehrrad. Ich hab gerade ein bisschen Zweck hoch. Das ist ja wieder so Fail des Jahrhunderts bei mir geworden. Oh, ich kann ja noch Poster aufhängen. Ähm, vier. Ne. Ah, 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 ah. Summer Game. So, was haben wir hier jetzt noch? Einmal was zum reparieren. Den machen wir für den Auftrag erstmal weg. Yeah, hier, Uncut-Freak, Junge. Einpacken und vergölfen. Das Lager ist leer. 15 Dinger. Na gut. 300 gibt das. Okay, was gibt dieses andere Tafel-Ding? Wo ist denn das hin? Da. 52. Die alte Puppe 22. Jo, 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 jo. 200, 200. Er läuft bei mir, würde ich mal sagen. Okay, wir gehen erstmal schlafen. Oh, hier, guck mal. So schön. Wir haben jetzt in jedem Dings goldene Ding gefunden, außer dieser blöden roten Scheune. Alter, das gibt's nicht. Da muss ich jetzt, da muss ich irgendwo nochmal hin. Achso, warte mal, wir können noch mal, bevor wir schlafen gehen, wir haben ja noch ein paar Sachen. Wir können uns das neue Ding noch freischalten. in den Kataloggenständen. In den Kataloggenständen. Da gibt's wieder was. Antiquitäten. Warte mal, guck mal, ob ich das vielleicht im Hauptmenü irgendwie freischalten kann. Ja. 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 Es gibt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs große Fahrzeuge. Das Problem ist, wenn wir nicht alle Gegenstände haben, können wir auch hier alles freischalten. Aber wir haben sicher jetzt schon über 48,8 Prozent. Läuft. Gut. Dann, wir gehen in die Bett. Oh, hier kann ich auch noch ein Poster aufhängen. Sehr schön. Das. Oh, hier kann ich auch noch ein Poster aufhängen. Dann nehmen wir das ins Bett. Und ich sage schon mal, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge, die dann morgen kommt, Freitag, der siebte. Tschüss. Freitag, der siebte. Freitag, sieben Uhr. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018